Ja, zunächst mal war es ein unglaublicher Abend für den VfB und für uns alle, die jetzt seit einigen Monaten für dieses Ergebnis gekämpft haben. Wir sind glücklich, wir sind froh. Wir wissen natürlich auch, dass wir welche Verantwortung hiermit übernommen haben, welcher Verantwortung wir in der Vereinsführung, in den Gremien gerecht werden müssen, in allen Bereichen. Wir wissen auch, was wir alles zu tun haben und wissen auch, dass damit wir doch lange nicht die Ziele erreicht haben, logischerweise, die wir uns gesetzt haben. Aber wir haben eine wichtige Grundlage erreicht und zwar, wie gesagt, wir können darauf aufbauen und was ich immer gesagt habe, wir wissen, wo es lang geht.